Oh. Also wenn es noch nach den bisherigen Logik ja, dann ist Viereck das ding das hört sich und fühlt sich geil an Oh! 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 Ja, ich habe wieder gedacht. Schnurren ist menschlich. Ja, sagt mir jetzt gar nichts. Das, äh, der, das Ding sagt mir nichts. Es sei denn, es ist was, hat was mit dem Spiel zu tun hier, äh, wo du eine Katze steuerst. Es, äh, es gab's ja, oh, ex, äh, zeitexklusiv auf der Playstation 5. Okay, das ist definitiv Minecraft. Ja, der ist klar. Jo, äh, lass mich raten. Meine Chance, da musst du seinen Kinnhaken beziehen. Ähm, ich würde mal ganz schwer tippen, das ist Rio von Street Fighter. Mein absoluter Lieblingskämpfer. Äh. Ich würde ich vermuten, dass das Rio ist. Äh, da sehen wir da nicht was. Ich gucke mal, ob das Rio ist. Würde mich mal interessieren, ob das irgendwie... Ich gucke mal, was er für eine Animation hat. Das ist Rio mit Sicherheit, oder? Ja, 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 das ist Rio. Definitiv, das ist Rio. Ein, mein Lieblings Street Fighter Kämpfer. Noch mal später. Dass man den Boss war. Die Boss. Aber ich hab doch alles. Oder? Oder übersehe ich hier noch was? Nee. 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 Jetzt wird's lustig. Nein! Da war bestimmt ein Puzzleteil. Nicht, dass ich was übersehe hier. Danke schön. Dann soll ich es niemals von Hunden anlecken lassen. Nur mal so. Bevor er irgendwie was macht, ne? Aua. Das war ein Fehler. Ich guck schon hier. Hau ab, du. Hau ab, du. Ich möchte zu deinem Papa. Ich hoffe, ich muss hier nichts. Und? Oh-oh. 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 T-t-t-t. Shit! Uhhh, Schitter! mehr als kannst du nicht tut es weh, du kannst noch mehr kriegen mäh boah wie glück kleines andere Auge auf mit weg, dann siehst du nichts mehr oh hab ich Glück keine angst, die anderen zähne kriegen wir auch noch futsch tschüss hehehe hehehe die 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 Ich Oh, what am I? Aber wo war das? Hm Was ist das? Was ist das? Alter Äh Ach Ähm, 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 hat keine Angst vor eigenes Ja, das ist hier dieses von diesem Baseballspiel von Sony Ja, auch der ist erledigt Ach du Scheiße Sag bloß, ich muss jetzt Affen fangen Ach Das ist kein lustig war Ja Ja, ist klar Ja 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 Okay, jetzt muss ich doppelt aufpassen Aha Nummer drei, einfach nur völlig Bananen. Ja, das stimmt ja links. Hier wird's langsam Banane. Und zack. Komm her, du Vieh. So. Okay. Komm her. Komm her. Hä? Aha. Scheiße. Komm her. Scheiße. Scheiße. Mann. Mann. Scheiße. 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 Komm. Ich will's endlich haben. Komm her. So. Oh. Aha. Ich will aber alle Affen haben. Das finde ich nämlich Affen stark. No. Noch drei. Bye. Komm. Komm. Mann. Ich könnte kotzen. Kann man da nicht irgendwie anders sein? Hm. 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 Ah! Geht doch! Ah, alle Puzzle habe ich ja. Ah, alle Puzzle. Aha, da oben. Gut, und auf geht's. Ah, alle Puzzle. Ah, alle Puzzle. Ah, alle Puzzle. Ah, alle Puzzle gerettet. Yay! Woher ist, wo wir waren, woher ist, wo wir hinwollen, genau. Geile Sache. Geile Matico. Ich finde sowas cool. Applescape würde mich wahrscheinlich auch interessieren, wenn es kommt, oder? Als neues Spiel. Ja, was ist mit dem Speicher gerade, aber in diesem Zeitpunkt nutzt er nichts. Jetzt reparieren wir ihn. Ja, ist klar. Ja, natürlich. Das ist ja geil gemacht. Geile Matico. Geile Matico. Geile Matico. Geile Matico. Geile Matico. läuft ja jetzt sind wir ready jetzt machen wir dich wieder ganz hier zum teil kann man sogar drehen hier ja das ist doch fein ich liebe es ja 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 was ist denn hier im jocke tatsache hat er in gerüsten gebaut jo video machen wir müssen mal hier die gacha nehmen machen ja die finde ich fand ich schon da bei player ist das player und geil da gibt es aber einiges ja ja los geht's vögel sehr mittelteilungsbedürftig kreischer das freut mich doch aber jemand zum quatschen steh auf mädchen hält nichts hält stets ausschau auch bei ein paar beobachter kann jeder gebrauchen ja so gut wie jeder fluss schlüssel dafür dies ratchet mädchen ich komme jetzt nicht auf den namen höchst jede wache ja soll jetzt ne kalt ne ah o planen Geschmack ah ok na hat weil wir haben sie wirklich was zu tun Stehen nicht nur sinnlos rum. Ein Affe, der andere Affen fängt geil. Muss man auch haben. Ja, auch der Baseball-Heini braucht ja was, wa? Ja, jetzt haben wir Dexter. Finde ich cool, dass die Bots auch was zu tun kriegen, also itemmäßig. Warum wächst die nur nicht? Na, vielleicht wächst sie doch irgendwann und heißt es nicht. Äh, auch die Affen hatten so eine, haben, soll jetzt nichts Tarnung. Äh, das gefällt mir. Ja, äh, Schutzgeist, äh, für Crash. Quasi, Schutzgeist. Ich hab keine, äh, Moni-Maß. Naja. Da kann ich alles haben im Leben. Man muss ja auch mal was einstecken können. Ah, ist ja schon eine Menge. Muss man ja mal sagen. Okay, da ist ein Puzzle. Muss ich gleich mal gucken, wo kann man denn die... Aha, ich kann mir vorstellen. Haben wir jetzt damit auch gelöst. Sehr schön. Um, was ich ganz gut fühlen. Ich hab das. Bis zum nächsten Mal.